Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Week, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichem Wissens. Sechste Runde Sportland NRW Cup in Dortmund. Ich traf auf den Großmeister Michael Zaldaev, usbekischer Großmeister, 60 Jahre alt, lebt schon sehr lange in Deutschland, ganz erfahrener Großmeister, lebt in Mülheim, spielt dort auch wie Mülheim in der Schacht Bundesliga seit vielen, vielen Jahren. Ich habe schon mal gegen ihn gespielt, vor ungefähr 15 Jahren war das, in der Bundesliga. Heute erneutes Aufeinandertreffen. Ja, ich habe mich sehr lange vorbereitet auf die Partie und er spielt immer Karokan. Selten inzwischen geworden, dass man gegen Leute spielt, die wirklich immer das Gleiche spielen. Aber er ist natürlich sehr, sehr erfahren und kennt seine Eröffnung sehr, sehr gut. Okay, wir gehen rein. E4, C6 natürlich, D4, D5, E5. Vorstoßvariante. Ich hatte mich sehr lange vorbereitet. Ich habe halt wirklich extrem, sehr viele Analysen zu Karokan. Ich habe sie auch mit Schwarz gespielt und mit Weiß in der Vergangenheit. Am häufigsten die Vorstoßvariante. Läufer F5, keine Überraschung, so spielt er eigentlich immer. H4 hier. H5, das ist eine Hauptvariante. Hier gibt es zwei Hauptzüge, Läufer D3 und C4. Ich habe beides schon gespielt. Hier habe ich jetzt C4 gespielt, E6, Springer C3. Alles soweit, so gut. Die Hauptvariante lautet hier Springer E7, Springer G E2 und Springer D7 und Springer G3, Läufer G6, Läufer G5 und so weiter. Hier gibt es Unmengen Theorie, sehr, sehr viel Theorie. Ich hatte mich deswegen auch so intensiv vorbereitet auf die Partie, weil ich natürlich alle meine Varianten noch mal durchgegangen bin. Ich habe eine wirklich große Datei dazu. Im Übrigen, mit dem Bild geht nicht besser, ist ein bisschen schummrig. Ich weiß, das mit dem Gegenlicht hier aus den Scheiben ist richtig kacke. Ich habe schon einiges Setups probiert, aber wird nicht besser. Deswegen muss man jetzt so hinnehmen während des Turniers. Nicht wundern, für die, die jetzt vielleicht neu dabei sind. Mein Gegner überraschte mich jetzt hier noch nicht. D schlicht C4, das wird auch noch hin und wieder gespielt. Läufer C4 und jetzt spielte er relativ schnell Läufer E7, greift hier den Bauern A4 an. Das ist keine Hauptvariante hier. Ich spielte jetzt schnell G3, decke den Bauern, wobei ich mich hier schon ein bisschen gewundert habe über die Zugfolge. Jetzt spielt der Springer D7 und jetzt war ich mir ziemlich sicher, dass ich nach Springer E2, Springer G2 wieder in meiner Vorbereitung bin. Und das ist auch so. Ich habe eine Partie analysiert zwischen Anish Giri und Vladislav Artemiev. Da ging es weiter, meine ich mit Springer H6 hier. Oder Läufer Gefi hat glaube ich Artemiev gespielt. Das habe ich beides relativ intensiv analysiert. Und ja, während der Partie war mir, versuchte ich mich daran zu erinnern. Dann spielte mein Gegner allerdings Springer B6 hier. Und da war ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt out of book ist wieder. Dass das nicht in meiner Datei ist und ich jetzt am Brett korrekt reagieren muss. Ich schwankte jetzt zwischen Läufer B3 und Läufer D3. Logischerweise. Andere Züge gibt es hier nicht. Der Läufer ist angegriffen. Läufer D3 ist hier der bessere Zug. Mit der Idee Läufer D3, damit E3. Und hier in dieser konkreten Situation mit der Aufstellung mit dem Läufer auf E7 gibt es ein Problem für Schwarz. Und zwar der Springer kann nicht über E7 natürlich entwickelt werden nach E5. Er muss eigentlich über H6 entwickelt werden, nach E5 gehen. Aber sobald der Springer nach H6 geht, wird er eigentlich geschlagen. Dann nimmt der Turm und dann steht der Turm ganz schlecht auf A6. Und Weiß kann in der Zwischenzeit ruhieren, seine Türme zentralisieren. Man hat das Feld E4 für den Springer hier als Operationsbasis, kann eventuell am Damenflügel attackieren mit den Bauern A3, B4 oder Turm B1, B4 sind Ideen. Und Stockfisch gibt hier schon ordentlich Vorteil für Weiß. Ich habe das so ein bisschen geahnt während der Partie, aber ich habe mir hier nicht genug Zeit genommen, denke ich, um das Ganze zu evaluieren. Ich habe relativ schnell gespielt. Läufer B3 hier. Das beruhte auf ein Ja, das beruhte darauf, dass ich davon ausging, dass mein Gegner Springer D5 spielt, was er auch gemacht hat. Das sieht alles sehr stabil aus, aber das ist nicht so gut. Springer D5, CD5. Und hier war ich mir ziemlich sicher, dass ich Vorteile haben muss. Ich habe jetzt schon so viel analysiert. Diese Variante ist so intensiv analysiert, dass bestimmte Situationen immer wieder auftreten. Und diese Struktur hier ist so, dass schwarz natürlich unterentwickelt ist. Der Springer ist halt ein Problem hier. Und der E7 kann ja nicht, wo soll der hin? Deswegen muss er über H6 entwickelt werden, aber man kann eventuell nehmen. Wobei hier kann man mit Weiß einfach hochieren. Springer H6 und jetzt muss man nicht nehmen, weil der Springer sowieso kein Feld hat. Der Läufer auf E5 nimmt das Feld F5 weg. Und wenn der Läufer weggeht, irgendwo hingeht, dann kann man immer noch nehmen. Wie auch immer, Stockfisch gibt hier schon echt großen Vorteil an. Nach Läufer F4 einfach weiterentwickeln, Turm C1, weiterentwickeln, Figuren ins Spiel bringen und super Stellung. Problem für schwarz, er kann ja sowieso nicht hochieren, weil dann nehme ich auf H6. Das heißt, wohin mit den Figuren? Die stehen sich so ein bisschen auf den Füßen. Ich habe aber leider nicht hier Ruhade gespielt. Ich habe hier Läufer A4 Schach gespielt. Das sieht logisch aus. Das war auch meine Idee, als er Springer B6 gespielt hat. Deswegen habe ich auch Läufer B3 gespielt. Springer D5 nehmen Läufer A4 Schach. Und ich dachte, ich gewinne jetzt natürlich Zeit hier. Der König muss nach F8. Der steht aber gar nicht so schlecht. Das Zentrum ist geschlossen und schwarz hat genug Zeit mit G6, König G7 weiterzuspielen. Und hier ist auch wieder eine Verständnisgeschichte, die mir zeigt, dass ich diese Stellung, diese Struktur hier nicht gut genug verstanden habe. Ich muss hier einfach hochieren. Springer H6 und jetzt einfach weiterentwickeln. Läufer F4. Interessanterweise ist dieses Schach hier gar nicht so gut. Der Läufer hätte einfach auf B3 stehen bleiben sollen. Idee von schwarz ist sowieso G6, König G7. Aber wichtig ist, nicht die Läufer nicht zu viele Figuren tauschen. Einfach die wegen des Raumvorteils die schwarzen Figuren einfach schon stehen lassen. Und die stehen sich so ein bisschen auf den Füßen. Und wie ich schon sagte, er findet nicht für alle Figuren genug Felder. Auch hier immer noch Vorteil für weiß. Ich habe das aber hier missävaluiert und spielte hier Läufer C2. Tausche den Läufer. Ich dachte, das ist die starke Figur. Tausche ich ab. Er nimmt weg Dame C2, Turm C8, Dame B3. Das hatte ich alles berechnet. Dame D7. Und die Stellung ist jetzt komplett ausgeglichen. Ich merkte so langsam, schwante mir, dass ich hier gar nichts habe. Ruchade, G6. Er lässt sich alle Zeit der Welt. Klar, es ist ein geschlossenes Zentrum. Es ist nichts angegriffen. Man kann hier in aller Ruhe erstmal den König nach G7 stellen. Und irgendwann spielt der Springer A6. Und ich habe hier, mir gehen so langsam die Züge aus hier, die nützlichen Züge. Ich könnte König G2 spielen, dann macht er König G7. Deswegen zog ich schnell Läufer D2. Ich entwickle einen Läufer. Jetzt König G7, Turm FC1. Das war meine Idee von Weitem. Ich wollte die C-Linie erobern, aber er spielt einfach Springer H6 jetzt. Und ist genau in Time, um auf der C-Linie zu opponieren. Jetzt ist ganz wichtig natürlich, ich darf den Springer nicht nach F5 lassen. Der wäre dort monströs stark. Deswegen Läufer H6. Jetzt nimmt er natürlich mit dem König. Nicht mit dem Turm. Die Türme sollen verbunden bleiben. Ja, und hier gibt es nicht mehr viel weiter zu spielen. Das ist total ausgeglichen. Und jetzt tauscht man die Türme über die C-Linie und es passiert hier gar nichts mehr. A4. Jetzt fange ich schon an, so minimal ungenau zu spielen. Ich träumte von Dame B5-Geschichten, aber das ist alles Quatsch. König G7 geht zurück. König G2. Schlagen, schlagen auf C1. Turm C8. Jetzt tauschen wir die Türme. Man kann das auch nicht wirklich mehr vermeiden. Turm C8, Dame C8. König F3. Ich bringe den König ran. Wir sind im Endspiel. Dame C6. König E3. Ich bot Remi an, dass er auch ohne nachzudenken annahm. Ja, die vier Stunden vorbereitet, zwei Stunden gespielt im Prinzip nur. Ein bisschen schade. Die Eröffnung. Gehen wir nochmal kurz. Das hat er nicht richtig gespielt. Er meinte nach der Partie hier dieses G3 wäre nicht ganz korrekt. Es gibt hier andere Varianten noch mit Springer G2 und dann schlagen lassen auf H4. Das mag alles sein, aber G3 ist völlig okay. Das ist auch das, was ich in meiner Datei habe. Springer D7 und Springer GE2. Und hier gibt es, wie gesagt, diese Partie Giri Aritemiev. Und diese Springer B6 ist einfach ungenau. Nach Läufer D3 hat Weiß schon einen erheblichen Vorteil. Ich habe aber leider Läufer D, Läufer B3 gespielt. Diese Stellungen sind aber schwierig zu verstehen. Man muss da wirklich sehr viel Zeit investieren, um die Feine immer wieder rauszuarbeiten. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Aber so ist halt auch modernes Schach. Wenn man das auf einem bestimmten Niveau betreibt, muss man sehr, sehr tief gehen. Ist nun mal so. Wie bei jeder großen, wie bei jeder Disziplin im Prinzip. Da kann man nicht nur an der Oberfläche kratzen. Da muss man viel arbeiten, um tief in die Materie einzusteigen. Am Ende war es natürlich ein relativ trockenes Remis. Die Spannung war eigentlich nur in der Eröffnung, wo ich einen Vorteil hatte, aber den auch nicht wirklich verdichtete, weil ich es einfach nicht gerafft habe, wie man sich aufbauen muss. Wir schauen vielleicht noch mal kurz auf die Tabelle. Ich weiß nicht, ob ich das hier vernünftig zeigen kann. Nee, geht nicht richtig. Oder geht das hier? Muss mal schauen. Einmal kurz die Tabelle wollte ich auch noch zeigen. Genau. Hier auf Chess Results sieht man die Tabelle. Hier, Ruben-Guillaume Kölner führt mit 4,5 Punkten, genau wie die Nara Wagner. Das ist natürlich nicht Stand nach der 9. Runde, sondern nach der 6. Runde. Kölner hat verloren gegen den jungen Holländer, Arthur de Winter. Kartik, der indische Großmeister, den ich in der ersten Runde geschlagen habe, der hat mich überholt. Er hat jetzt 4 Punkte, aber ich muss sagen, so überzeugend spielt er bis jetzt auch nicht. Der zwischendurch stand da völliger Verlust gegen Hussein Bessu. Ich bin 4. Arthur de Winter, 5. Bessu hat eine Partie weniger, weil der Petrovski war jetzt gestern krank, spielt jetzt aber die Partie wird nachgeholt am Freitag. Sonst wären die Normen nicht möglich. Das wäre natürlich ein Riesen-Nachteil. Deswegen muss er auf jeden Fall nochmal ran, aber so krank sieht er gar nicht aus. Das ist wahrscheinlich nur eine leichte Erkältung. Bagrationi 2 Punkte und für Jana Schnagel läuft es richtig schlecht. Halben aus 6 ist natürlich nicht so dolle. Wird so ein bisschen durchgereicht im Turnier. Ja, das ist die Tabelle nach 6 Runden. Morgen geht es weiter. Ich spiele mit Schwarz gegen Bagrationi. Alles klar. Das war es für heute von mir aus Dortmund. Liebe Grüße, bleibt mir gewogen, macht es gut und ihr lasst gerne einen Kommentar. Ciao, ciao.